Sie sind hier, 12. September 2018 11.49 Uhr von Sport1 Lesedauer 2 Minuten vergrößern Verklanern Jean-Kevin Augustin könnte wegen seiner Länderspielabsage belangt werden Urheberrecht Getty Images Leipzigs Jean-Kevin Augustin sagte für die beiden U2-1 Länderspiele Frankreichs gegen Bulgarien und Luxemburg ab. Nun ermittelt die FIFA, Jean-Kevin Augustin sollte in diesen Tagen eigentlich für die U2-1 Frankreichs auf dem Feld stehen. Der 21-Jährige sagte allerdings ab. Nun drohen ihm oder seinem Arbeitgeber RB Leipzig Konsequenzen. Laut Le Parisien und Le Quip hat der französische Fußballverband FFF sich diesbezüglich beim Disziplinarkomitee der FIFA gemeldet. Problematisch ist vor allem, dass Augustin eine Art Wiederholungstäter ist. Ende 2017 wurde der Offensivakteur nach einer Auseinandersetzung mit U2-1 Trainer Silvery Paul suspendiert, dann aber wieder begnadigt. Im vergangenen Mai erteilte Leipzig ihm und Vereinskollege Dayo Upamecano keine Freigabe für die Teilnahme der Länderspiele im Juni. Nun sagte Augustin selbst ab. Ob und wenn ja in welcher Form RB oder der Franzose selbst nun bestraft werden, wird sich zeigen. Solche oder ähnliche Aktionen sollte sich Augustin aber nicht mehr leisten. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus ein Bär Mia 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 Untertitelung des ZDF, 2020